Ein gutherziger Mann namens Peter erwies sich als wahrer Held, als er sich weigerte, die Hoffnung aufzugeben und eine blinde Katze beeisig aufnahm. Die Menschen um ihn herum zweifelten an der Überlebensfähigkeit des kleinen Wesens, doch Peter ließ sich nicht entmutigen. Die Geschichte begann vor einigen Jahren, als Peter seinen wohlverdienten Urlaub im sonnigen Süden Italiens verbrachte. Während eines Spaziergangs entdeckte er ein winziges Kätzchen, das verzweifelt um Hilfe miaute. Bei genauerem Hinsehen erkannte Peter, dass die Augen des Kätzchens vollständig erblindet waren. Der Anblick rührte ihn zutiefst und ohne zu zögern beschloss er, sich um das hilflose Tier zu kümmern. Ich habe mich entschieden, während meines Urlaubs für ihn zu sorgen, damit er an Stärke gewinnt und überleben kann, wenn ich wieder nach Hause zurückkehre, erklärte Peter später. Das Kätzchen, das Peter liebevoll Stella nannte, hatte nicht nur mit seiner Blindheit zu kämpfen, sondern auch mit Koordinationsproblemen und Schwierigkeiten beim Schließen des Mundes. Eine Infektion war die Ursache für die Blindheit und der Tierarzt war skeptisch bezüglich der Überlebenschancen des kleinen Wesens. Dennoch war Peter fest entschlossen, dem Kätzchen eine Chance zu geben. Gemeinsam mit seinem Bruder begann Peter Stella alle vier Stunden zu füttern und sie von Ohren- und Augeninfektionen, Fieber und Würmern zu behandeln. Sie schafften es sogar, der blinden Katze beizubringen, sich im Haus zu orientieren, indem sie sich auf die Geräusche ihrer Schritte und einige Klatschen mit den Händen stützten. Nach 15 anstrengenden, schlaflosen Nächten verbesserte sich Stellas Zustand deutlich. Doch für Peter kam der Zeitpunkt des Abschieds. Ich habe das Haustier in die Flugreservierung aufgenommen und kurz gesagt, jetzt schläft es in meinem Bett unter der Decke, bequem den Kopf auf das Kissen gelegt, erzählte er. Stella war nicht länger das winzige Kätzchen, das Peter einst gefunden hatte. Sie hatte sich zu einer starken, überlebensfähigen Katze entwickelt und war nun weit mehr als nur ein Haustier. Sie war zu Peters treuen Begleiter geworden, der sogar den Platz des besten Freundes eingenommen hatte. Peter schloss seine Geschichte mit einem Appell an seine Zuschauer. Liebe Freunde, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal, wo Sie noch viele interessante Geschichten finden werden. Stella und Peter bewiesen, dass Liebe und Fürsorge selbst in den schwierigsten Umständen erstaunliche Veränderungen bewirken können. Schau dir gerne auch diese zwei unglaublichen Geschichten an. Sie werden dich schockieren! StCC! Torp! Stopp!